Sooo, da sind wir wieder. Weiter geht das ganze Spielchen. Jetzt gehen wir dann doch mal rein in die gruselige Bibliothek. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch jetzt nicht ein Karten-Fan. Vor allem, wer baut erstmal eine Treppe? Wie sonst was da hoch, damit man dann zum Eingang kommt. Sooo, dann mal rein. Spinnen! Geister! Na gut, Geister ist glaube ich weniger mein Problem. Die Spinnen werden mehr mein Problem. Und dann geht's gleich mit dem Monolith. Stoßanzeige. Der beste Weg, deine Stoßanzeige aufzubauen, ist, deine Feinde abzuwählen oder ihnen im Normalzustand mit schnellen Schritten auszuweichen. Nicht armatisiert. Beachte, dass Angriffe deine Stoßanzeige nicht füllen. Doch füllt sie sich mit der Zeit bei einigen Fertigkeiten durch Angriffe. Willst du nur Angriffe ausführen, solltest du auszumit SK Fertigkeiten sammeln. Wow, riesengroße leere Vorhalle. Ich sag ja, Spinnenweben, das würde auch hundertprozentig so ein Spinnen-Heyon oder sowas sein hier. Freue ich mich ja ungemein drauf. Die Tür rührt sich nicht, sie scheint von innen blockiert zu sein. Ja, dahinter würde er wahrscheinlich warten. Und wir müssen ja schön den Umweg gehen. Ich wollte jetzt gerade über die Ding springen, aber falsch gespielt. Das war bei Dead Island. So. Immer schön mal nach oben gucken. Ihr wisst ja, die können auch von oben kommen. Definitiv so. Ich sag doch. Ich sag doch. Ich sag doch. Wir können uns das nicht vergleichen. Wir sind hier, um dich zu purifieren. Aber es wird trotzdem helfen. So. 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 Gucken wir mal. Gucken wir mal. Und jetzt gucken wir uns mal die an. Schwäche ist Erde. Das heißt, die ist eigentlich der ideale Kampfpartner. Das ist ein Spinnen-Heyon. Er erinnert mich an, die Ruin von Mabinogyo. Damals konnte ich nichts weiter tun, als sie weg zu jagen, aber jetzt bin ich stark genug um sie zu läutern. Ja, ich erinnere mich in den Ruinen an. In den Ruinen haben Mabinokyo etwas aus der Dunkelheit ansprang, bevor ich ohnmächtig wurde. Im Nachhinein weiß ich, dass er ein Helion war. Ja. Dumnonia Museum. Was ist ein Name? Dumnonia. Angriffstyp. Supersprung. Ich habe dich! Solid Rust! Solid Rust! Ja! Wurziger! 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 Und zack, Schminderzahn! Wurziger! Wurziger! Schminder! Wurziger! Wurziger! Bäm. Sie sind ziemlich stark. Aber wir sind keine Pushovers. Der Titel wurde hochgestuft, sehr schön. Also das heißt hier wirklich sehr stark nach oben gucken. Gehen wir erstmal hier lang. Gucken wir mal, müssen wir irgendjemanden heilen? Können wir irgendjemanden heilen? Wir sind alle komplett voll. Aber das ist... Oh! Da ist einer. Ja! Skorpions? Schwächer Gift! Ja! Ist das wirklich ein Skorpion? Es ist so großartig! Aber das macht es es leichter zu hauen, oder? Tens! Blech, blech, blech! Ja! Es wird över! So. Du kriegst auch noch ne Schlange. Du kriegst auch noch ne Schlange. Runden Gale! Runden Gale! Runden Gale! Sind Sie okay? Eigentlich viel besser So, du kriegst die Teufelslüge Das Schwert kannst du behalten, auch wenn du ein Pferdkäfer bist Du darfst so bleiben Du darfst auch so bleiben Plus, äh, nee, du nicht Du darfst das kriegen Und hier nehmen wir mal das blaue Kostüm Oder? Was meint ihr? Ich nehme erstmal das blaue Kostüm eine Weile Der Rest finde ich eigentlich ganz okay Also, gut, Klischee hier Muss sein Sie ist zwar nicht ansatzweise die Heilerin, aber Hat doch was, wir können sie auch so gestalten Aber lassen wir mal noch ein bisschen Ein bisschen Spaß muss sein So, dann gucken wir mal an die nächste Tür rein Sehr schön Sehr schön Sehr schön Schnell DSK aufladen Zack Und zack Oh, voll gekontert, äh, voll umgehauen Schnelldruck Ich war sicherlich der Star in der Kriege Es ist leichter, die dünnere Stare zu erkennen, wenn sie schreien, sie sagen Okay Dem, das konnte ich jetzt leider nichts hinterlesen Aber ist zwar auf jeden Fall, glaube ich, wieder ein netter Konter Kennen wir ja, die beiden sind ja Versteht sie ja sehr schön Oh, sehr schön Noch ein schäbiger Speer Den können wir dann bei Gelegenheit verschmelzen wieder Kann man hier auch mal wieder wahrscheinlich was Neues ausrüsten Oh Zertrete Weizen Und Weizen wird stark, zertrete sie Und sie sind nur wie Arak Zerquetsche ihre Bäuche Und schön quälen die Därme Matchig und Rot dampfen vor Wärme Okay Oh Gott, Kinder Begon Cry out Take this Rising sands Cry out Rockwinner Sweet dreams Quiver Rising sands Echo side Quiver That's the way Icebreaker Come to my side Rock satellite Come to my side Rock satellite Rock winner So, komm Sehr schön Hau So, wir wollen noch einmal armatisieren So, wir wollen noch einmal armatisieren So, die Schwäche ist zwar eigentlich Erde, aber wir wollen ja So, die Schwäche ist zwar eigentlich Erde, aber wir wollen ja Ist sehr schön Hau Super Besprechere shards Sp минут Komm zurück Schärfe 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 Ich hoffe, ich werde dich unterbauen 13 Konten Du wirst Spink Perspektiv Pazierthawand Haarp Oh Opfer mit Status Krankheit über Opfer mit Status Krankheit übergangen Ist hier jemand? Sieht man das? Ist hier jemand? So, ah hier hinten wären wir wahrscheinlich gar nicht lang gekommen Oder wie sind wir jetzt eigentlich gelaufen? Von da kamen wir doch Von hier kamen wir doch, ja So, Regelspräch, langsam war sicher, stimmt's Wir sollten alle Straßen und Gassen durchkehren Ich nehme an, dass wir die Quellen der Boselt in der Stadt schnell finden werden Ist dieser Ort für das hier nicht gleich wichtig? Das Domnonia Museum beherbergte viel über tolle Artefekte und Kunstwerkte aus Höhland Er schmerzt mich, wie es in diesem schlechten Zustand vorzufinden Das kriegen wir wieder besser hin Hey! Zu schnell? Hey Alisa, diese Schrift an der Wand Ja das bereitet mir auch Sorge Wer würde solchen schaulichen Unsinn schreiben Und das auch noch mit Blut Wie auch immer es war, ist eindeutig schwer gestört So kann man es auch ausdrücken Glaubst du, wir haben bei Agatha richtig gehandelt? Durch sie kommen wir der Wahrheit hinter der Entstehung von Boselt einen Schritt näher Wir können nur hoffen, dass es letztlich zu ihrer Erlösung führt Wenn die Wahrheit aus Sicht kommt Das hoffen wir ja alle So, tschüss zu Da Ah, zu nah ran Das ist ja schön Hermanns und Gold. Ich glaube es ist wie Cheese für Rats, hm? Hast du was Neues? Ich glaube nicht. Sehr schön. Sehr schön. 4 Gegner auf einmal besiegt. Sehr schön. Wir kriegen gerade eine Menge Calcite Sachen. Das Drank ist Leben, das 14. Die sammeln wir jetzt mal wirklich in Masse. Hier ist nur eine Schrankwand. Haben wir hier jemanden zum Heilen? Nö. Hat sich insofern gelohnt mal hier reinzuschauen. Auf, auf, weiter geht's. Jetzt gehen wir die Treppen runter. Und... Beziehungsweise hoch. Wir können nicht runter, hoch. Da hinten sind ein paar Kräuter im Blumentopf. Safran. Das ist ein Monolith? Effektpotenzial. Vier Dinge verstecken. Effekte. Zweifach Chance, Feind krank zu machen. Bei Schwäche gegen das Angriffsteine. Viermal Chance, Feind krank zu machen, wenn Werte elementar gesenkt wurden. Zweifach Chance auf Effekt bei angegengesetzten Angriffstyp. Zweifach Chance auf Kombos aus einem Verbannungsstoß. Höhere Chance bei hoher SKR 1,4-fach höhere Wirkchance von Arthas nach schnelle Schritte. Okay. Ich muss sagen, ich fühle mich echt bei manchen, manchen Infos fühle ich mich schon ziemlich überfordert. Was die Infos angeht. Da ist keiner. Gibt es vielleicht gleich oben einer an der Decke? Ne. Gehen wir erstmal in Ruhe zu der Kiste. Skalziertstiefel, sehr schön. Schwing die Klinge hin, ab ist die rechte Hand, schwing die Klinge her, dann auch die linke ab. Der üble Dieb schreit auf, vor Schmerz. Wewe, wewe, nichts als ein Scherz. Schwing die Klinge erneut, und schon reut der Kopf. Der Dieb ist tot, bleibt nur sein Schopf. Ist das eine Statue des Shepards? Was senseless Vandalismus. Ja, ihr seid nicht gerade, ihr seid keiner Lustigen. Da ist nichts zu prüfen. Da ist nichts dahinter. Die sind weg. Hier ist nichts weiter in dem Gang. Okay. Ja. 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 Komm, komm. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Leila haben. Ja. 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 Sehr schön War ein bisschen strange aufgeteilt So, auch zur nächsten Tür Und wieder mal haben wir sie ausgesperrt, die liebe Alicia Da ist ein Skorpion, den nehmen wir gleich mit Sehr schön, die stehen alle schön auf einem Fleck Ja, das war alles Da ging er auf einmal besiegt, zack So standen sie echt gut So, dann gucken wir mal hier rein Also, das war schon Schöpfe 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 Sack! Sehr schön Feuer ist hier gerade nicht so angebracht, muss man feststellen Erstmal nehmen wir die Kiste hier kein Zitatband Statue des Eroberers des Eroberers, ok Das Statue... Es radiert so eine Dignität! Du kannst aus seiner Ausstellung dass er ein großartiger warriere ist Ein guter Mann Ich würde gerne sehen seinen ganzen Körper Oh, aber... er würde er nicht... mehr oder weniger naked? Das ist das, was er attraktiviert in einem ästhetischen Sinne W-Well, es ist wahr, dass der perfekt toned Körper von einem warriere kann vielleicht ein ästhetischer aber... Alicia! Unladylike! Nein! Ich habe es nur als eine Generalisierung Ich habe wirklich keine persönliche Interesse in diesem sort nicht überhaupt nicht? Ich meine... nicht viel Es ist genug die normalen Ein Eis Das ist Aber es ist wahr, dass King Claude empatomiert das Warrior Ideal W-Hu-Arsch Das ist King Meliodas, nicht? Nein! Was? Was? Aber dann würde es nicht mit dem Stylen aussehen. Ja, denn dieser Bust war schraubt als eine Spekulation über den Stylen der Zukunft der Generationen. Ich denke, dass deine Interpretation ein bisschen farfetched ist. Ich denke, dass du in Stereotypischen Verhältnissen bist. Alles klar! Schau, lass uns unsere Preconceptions und beginnen dann. Können wir das Thema identifizieren? Welche Features standen? Wow, setz dich auf. Es ist nur eine Statue. Geräuslich? Ja, der Tal ist halt geschmarscht. So, komm! Und... Smite Evil! Smite Evil! Und... Mikio! Gute Sache! Sehr schön! Und... Das ist nicht vorbei! Das ist nicht vorbei! Das ist nicht vorbei! Oh, ich fühle mich hier! Sweet! Das ist nicht vorbei! Ha! Ha! Ready? Ha! Sehr schön! Komm! Und... 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 Deng! Ich habe hier ganz schön in die Ecke eingedrängt zwischendurch. Ich habe hier ganz schön in die Ecke eingedrängt, nicht wahr? Okay... Wir nähern uns dem Ende... Das hört sich absolut nach Kinderlachen an. Ich dachte, da kommt jetzt kurz was. Hier hinten ist nix. Ich denke, aber so ein Schmalenweg ist jetzt hier nicht unbedingt mit Münsterlis zu rechnen. Du hast einen Monolith gespürt, dann schauen wir doch mal. Hier wird doch bestimmt... Es steht genau hier unten drunter. Was hat er denn uns zu erzählen? Kombo-Effekt, er wird deine Kombo unterbrachen. Könnten weitere Angriffe verüben, gegen wirkungslos sein. Es ist besser, deinen Halt wiederzuführen und dich auf den Gegenschlag des Feindes einzustellen, als den Feind erneut zu versuchen. Als den Angriff erneut zu versuchen, um Gottes willen. Schließlich ist dein SK zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich relativ niedrig. Ja, da müssen wir noch ordentlich ein Gefühl für entwickeln. So, die Kiste nehmt noch mit. Das Software ist, sehr schön. Die nehmen wir noch mit. Und dann heißt es aber auch schon mal auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge mit Turz of Cestiria. Bis denn!